Wir trauen Ihnen Leadership zu, auch dabei die schwierige Berateraffäre und das Missmanagement in der Beschaffung der Bundeswehr aufzuarbeiten. Auch wenn Ihre Vorgängerin herzlichen Glückwunsch in ein höchstes Amt befördert worden ist. Es darf jetzt nichts unter den Teppich gekehrt werden, denn sonst wird die Bilanz der Vorgängerin auch Ihre Bilanz werden, Frau Kramp-Karrenbauer.